So Leute, das letzte Pack jetzt hier, zack, hoch, ja, bestätigen. Ich drehe mich um, skippe das Pack und jetzt gleich, wenn ich mich umdrehe, ich warte noch ein bisschen, damit vielleicht sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich einen guten Spieler habe. Und jetzt das letzte Pack, ich drehe mich gleich um. Bitte EA, lass einmal einen coolen Spieler in meinem Pack sein. Nur Kacke bis jetzt, ich drehe mich um, halte mir die Augen zu. Komm, den Controller lege ich vor mir auf den Tisch. Und Ronaldo, Ronaldo ist im Pack, Leute, was ist das denn? Das ist doch jetzt nicht echt Ronaldo. Ey, ich kann es nicht glauben, ich ziehe Ronaldo, was ist das denn? Nur scheiße bis jetzt und jetzt Ronaldo, was ist das denn?